In der vergangenen Staffel Bauersuchtfrau fanden auch Landwirt Ulf, 31, und seine Annalina, 28, ineinander die große Liebe. Haben die beiden jetzt den nächsten Schritt gewagt? Bauersuchtfrau, wir planen unsere gemeinsame Zukunft. Zwischen Landwirt Ulf und seiner Hofdame Annalina funkte es in der Jubiläumsstaffel Bauersuchtfrau, die gemeinsame Leidenschaft für Pferde schweißte die beiden während der Arbeit auf dem Hof immer weiter zusammen. Beim großen Wiedersehen mit Inka Bause verkündeten die Turteltauben dann, dass sie tatsächlich ein Paar seien. Anschließend verrieten Ulf und seine Liebste gegenüber Promiflash, wir planen unsere gemeinsame Zukunft und machen einen Schritt nach dem nächsten. Der Plan ist, dass Annalina irgendwann auf den Hof zieht. Bauersuchtfrau, deutsches Statement. Via Instagram enthüllten die beiden jetzt, welche konkreten Pläne das Paar aktuell verfolgt. Und obwohl Ulf und Annalina ankündigten, schon bald zusammenziehen zu wollen, scheint dieser Schritt bisher nicht passiert zu sein. Wir wohnen noch nicht zusammen. Eins nach dem anderen. Trotzdem würde sich das Paar regelmäßig treffen. Wir sehen uns mindestens dreimal die Woche. Manchmal auch mehr. Auch die Feiertage habe das Paar gemeinsam geplant. Silvester wollen Ulf und Annalina gemeinsam mit Freunden feiern. Nur Heiligabend wird das Bauersuchtfrau mit ihren Familien und somit getrennt voneinander verbringen.